neue folge heroes of the storm mit dem manu wir spielen wieder schnell suche hallo manu ich folge der stimme ich bleibe bei meiner tyrande tyrande wie auch immer nur bei dem zera tool gibt es ihm noch mal eine chance er wollte er mir gucken wir mal an wie weit ich das bringt diesmal mit dem krieger dabei ich werde mal versuchen mich an den zu hängen weil die tyrande keine ahnung funktioniert glaube ich ziemlich gut wenn ich mich hinter einem mit viel hp stelle weil ich kann ich kann so ein schuss abfeuern der trifft nur helden aber der fliegt unendlich weit also unendlich glaube ich nicht aber er fliegt schon richtig weit also mehrere bildschirme weit da kann ich da natürlich schön in deckung stehen ein held hat den kampf verlassen ein held ist in den kampf zurückgekehrt haben sogar nur zwei lanes ein held hat den kampf verlassen der kampf beginnt in zehn sekunden fünft vier drei zwei das spricht auch für die intelligenz unserer mitspieler und beschwört meine golems naja guck mal was für die aufteilung hier gerade laufen wir sollten uns beeilen eben war ich noch alleine oben bin ich auch weiterhin kann ja mal gucken ob wir das zu zweit schaffen wenn ich dich heile wir haben einmal hier den kerle da gut unser erster kerle ist schon tot ein bisschen ohne nade kann das sein ja neben oben haben wir diesen einen das guckt da kommt doch schon was das guckt da kommt doch schon was kann er vorhören aber kurz Achtung Aieieiei mja ist auch noch unsichtbarer ist auch noch da vorwärts die göttin ruft ich hab halt ne riesen abklingzeit beim heilen die göttin ruft die göttin ruft das war gleich gehilft sein gell und die attacke machen ja wir sollten uns zu einer naja jetzt zieh dich überhaupt hin zieh mich nochmal erstmal gleich runter dann ja und gleich gibt es einen cams abfarm oah und nehmen ihre schäbel an euch an und ja gut die kommen nicht und einfach die kleinen cams fertig machen ohne zu zögern ja 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 ich ja 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 in ja ja und ja 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 Aber mehr Ruckelzüge. Ah, ich hab ihn nicht getroffen. Ich hole ihn hier. Schön. Wie soll ich den holen eigentlich? Ja. Aber ich... Da kommen sie, da kommen sie. Ich hab ihn erwischt, beim heilen. Habe ich? Ja, habe ich. Ich komme dir entgegen. Na, es hilft gegen den Tick, glaubst du nicht? Egal, scheiße, lass uns den Boss holen. Ich hab ihn genau in den Tick. Ich hab ihn genau in den Tick. Schöne. Boah, ey, das war ja mehrere Male richtig knapp. und frei und laut Oh, irgendwie Mana, das wäre lässig Wo bist du? Außen Unten? Oh, 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 oh Los Euer Golem ist stärker als der eurer Feinde Behe dein Talent Ich fühle mich gestärkt Kommt, der gegnerische Golem Wollen wir den nochmal kaputt, oder? Jetzt haben wir ja leer gekallt Jetzt haben wir ja leer gekallt Was ist er denn schon, dass er laut Ich will die abpacken. Ah nein, ich hab vergessen. Wir haben so einen Campain genommen. Lass mal so einen Campain nehmen. Ja geil, ich bin halt gerade hier reingerannt. Ey Leute, Helmhäus im Gebäude. Geh, prak. Boah, wer ist da drin? Bra, Matasaka. Bra. Ich kann irgendwie nichts machen. Wenn einer ein bisschen low haben, dann kann ich die abpacken. Ich kann mal ein bisschen reinhauen. Ja, guck mal, die sind schön an einem Fleckchen. Äh, Invis. Ja boah, aber schön geblockt dich. Genau. Die Neger. Na. So geschieht es, wie der Schild war. Feuer, Ende Nacht. Bei mir. Ah, mein. Ich bin vorbeigeschotten. Ah, komm. Ist halt blöd, wenn ich auf einmal als vorderster da stehe. Ja. Wappnet euch. Wählt ein Talent. Ja, die gehen schon rein. Lass rein. Ne, ich bin tot. Andere. Bei ihr Lune. Die Lune ist gut auf die Fresse, oder? Ah, WK. Ey, verteilen? Jetzt komm ich oben raus. Dann schnapp ich mir. Ich komm jetzt auch. Jo. Da ist ja einer drin. Ey, nicht am Start. Gut gesehen. Niemand stimmt sich uns entgegen. Ey, schon 17 extra Damage. Warte ich los, Elias. Kann mal gut. Ist das so. Rein unten oben kommt. Kommen da Leute rein, oder was? Na, unten auch. Okay. Schön. Wenn ich mit meinem Schuss treffe mit diesem Vogel, macht er einfach 250 Schaden. Kommen sie von hinten, die Fenner. Ah. Greif mir wieder als erstes mich an. Der Diablos ist fast tot. Mein Held ist in den Kampf zurückgekehrt. Erhebt euch meine Golems. Oh, fuck, fuck, fuck. Das ist, glaube ich, tot. Das ist, glaube ich, tot. Wo bist du denn? Gut. Achso. Aber guck mal, wir haben 82. Sehr gut. Auf in den Kampf. Lass wir beide helfen unserem Golem und die verteilen. Weil wenn wir den mit meinem Golem helfen, dann geht's richtig auf den Sack. Ha. Euer Golem ist weitaus stärker als der eurer Feinde. Super. Ah, shit. Ganz knapp nicht, aber dafür kriegst du sie jetzt. Schön. Oh, du bist schon gleich. Ja, unsere Leute verteidigen halt auch nicht. Oh. Wir haben halt einen, der verteidigt. Weht ein Teil hinter uns. Schnell. Auf in den Kampf. Ich muss leider verteidigen. Alleine ist das schon nicht realistisch. Oh, er war die ganze Zeit unziespaar wie vor dem. Heiß. Hat er dich erwischt, oder? Ja. Ja. Die werden ihren Golem erwischt. Wir fahren noch ein bisschen damit. Äh, ein bisschen. Wir machen mal die Kämpfe oder so. Sollen wir mal machen? Komm gleich. Meine Golems sind gefangen. War eigentlich nie verkehrt. Einer rein. Hier herrscht ja kein Mangel an Schäben. Wie geht's mir? Wie geht's mir? Gehen wir wieder hoch, oder? Na ja. Wir pushen in den. Unten. Get action. Wir sollten uns beeilen. Wir müssen da raus. Aber ja. Let's go! Du bist ja da. Alter! Ich krieg halt direkt auf die Fresse. Alter! Wie kann ich denn so schnell verrecken? Ja, so ein Tank ist halt von richtig gut. Unsere Leute kämpfen dafür oben richtig gut und bauen da durch. Seid ihr bereit, gegen die Untoten zu kämpfen? Die Minen werden sich... Eben die Minen, oder? Jo, 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 jo. Ich kann nur lassen auch Diablo angreifen, wenn er da noch chillt. Wenn er da allein rumrennt, dann vorbei. Jetzt geht er weg. Na doch, vorbei. Ich bin auf dem Weg. Vielleicht da. Sammelt Schäfel und sperrt euren Gohler. Idiote, ey. Geil, hab ihn genau erwischt. Schön. Jetzt haben wir schön vier tote Gegner. Dann können wir jetzt mal schnell runtergehen. Gibt es ein 100-0? Ja, wäre natürlich geil. Geht der andere sein überhaupt zum Leben auf... Oder, ja. Geht der überhaupt dann auf der andere Gohle? Äh, ich glaub schon, ja. Das war sehr schwach. Wollen wir den ersten Boss machen? Der andere macht ja schon was anderes. Das ist richtig nice, ey. Das ist richtig nice, ey. Das ist richtig nice, ey. Das habe ich noch nie. Ich auch nicht. Aber wir haben halt eben noch... Bis zum letzten Moment haben wir die halt umgehauen. Jetzt müssen wir oben den Golem helfen. Das ist weitaus stärker. Fastung zerstört. Noch einen. Jetzt haben wir den oben schön auf die Oma. Schön auf die Oma hauen. Das ist Diablo. Der Diablo. Diablo! Ja. Ich schätze ja sicher, weil man sich ganz kraterlischt Naga, die anderen pushen von der anderen Seite, sieht gut aus Ja, das muss auch noch mit Action gehen, wäre geil Rack irgendwie viel zu oft mit dem Hero, schein und schwul Ja, der kassiert halt nicht so viel Ah ok, scheiße, diese anderen sind durch, das habe ich nicht gesehen Das war dumm von mir Wie geht das Ihnen wünscht? Ich habe zweimal Serratul und zweimal hier den anderen, komisch Komm, 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 schade, das schaffe ich nicht, scheiße Ach man, das war meine Schuld jetzt Bei Elu Warum? Naja, weil ich, weil ich eigentlich unten da war, äh, oben war, aber nicht gecheckt habe, dass die durchkommen, oder dass die da oben sind Und dadurch bin ich halt, ähm, zurückgeblieben Hätte aber, wenn ich dabei gewesen wäre, wahrscheinlich gut geholfen Die nehmen gerade Posten an Euer Anschreiten kam rechtzeitig Gehen wir den Dingern und hinterher? Was ist denn der Schredder überhaupt für'n, für'n Held? Was ist denn der Schredder überhaupt für'n, für'n Held? Gucken, ob ich ihn gebremst bekomme Ach, sonst schafft er nicht Alter, wer mich einfach kumpfet Nicht normale Das war gut Hallo, Frau Nicht normale Schild, sag ich dir Hm, aber ich renne auch genau in den Schuss rein Ich glaube, sie haben wohl Der ist in die Mine, in die Mine Einer noch Gerade ist Diablo oben reingekommen Der andere lenkt die noch ab Wildeinpanner 120, gut Wird zwar wohl gewesen sein dürfen Seragul oben bei Seragul Ich krieg auf'n Sack, ich krieg auf'n Sack Ich krieg auf'n Sack Ah, das Ganze von unten, ey Mist, man FANTASTICH FANTASTICH Ja, vier gegnerische Helden sind tot. Der fünfte, äh, keine Ahnung. Aber Ding hat auch nur noch 45% von denen, also die Zitadelle. Also es wird fertig sein. Ja, der Ghulam steht neben denen ihrer Zitadelle auf, also. Wie wir es schaffen wollen, weiß ich nicht. Ach, es ärgert mich immer noch, dass ich mich so geopfert habe. Ah, schön, noch ein paar Creeps dorthin. Es sind ja sonst so wenig. Und euer Ghulam ist stärker als der des Gegners. Ja, geht schon so am Arsch. Gar nichts mehr machen eigentlich. Ja. Zippo! Nice! Ah, so langsam komme ich mit meiner Heldin echt gut klar. Die ist richtig cool. Wirklich gut gekämpft. Man kann recht gut auch Schaden austeilen, aber wenn sie halt einmal auf die Fresse kriegt, dann ist sie recht schnell tot. Jetzt gucken wir mal in die Statistik. Alter. Ah, es war der Schredder, der die komplett gekillt hat. Der hat einfach 184 Gebäudeschaden. Das ist halt schon krass. Okay. Ja, eins mache ich noch. Eins machen wir noch, aber... Das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Jawas.